und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir und zwar heute mache ich die verlosung zusammen mit der pia genau da wünsche ich euch viel spaß dabei die pia hat heute dieses tolle oberteil von h&m mit der schleife dran und diesen coolen druckknöpfen den finde ich ja echt toll wie immer kommt die lippen etwas zu rot rüber ich weiß nicht woran das nicht genau das jetzt sehe ich habe die lose hier danke fürs mitmachen hat mich sehr gefreut dass ich so viele mitgemacht haben genau hier seht ihr noch mal das mobile das auf euch wartet also das ist jetzt meins aber das andere sieht ja quasi genau gleich aus genau und dann legen wir wohl mal los ich streue euch jetzt etwas nach unten damit ihr sehen könnt dort liegen sie ist das doch gehen genau da liegen sie die lose ich habe sie schön zusammengefaltet mehrfach dass man nicht erkennen kann was ich dahinter verbirgt ich will sofern wie möglich machen und dann ziehen wir jetzt mal was ich schaue jetzt auch weg ich weiß nicht welches ich nehmen soll komisch ich glaube ich nehme dieses hier und dann wieder hoch gehen zu der pia und dann machen wir das mal auf in diesem fall hat rebound tanja gewonnen fokussieren noch mal mit der kamera ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen nicht fokussieren bitte melde dich und schreibt mir eine private nachricht wenn du facebook hast auf facebook damit ich weiß wo ich das hinschicken kann vielen dank fürs mitmachen und bis zum nächsten video tschüss